9 nach einer kleinen aufnahmepause wo ich gestorben bin mussten wir kurz was machen mussten es rüchte holz leon nicht genervt und das hat mir sehr weh getan ja ist es auch abends ne bis dahin hätten wir eigentlich schon längst ein haus wo wegen leon weil er kein internet hat er hat er aber nein ich hab zwei Knochen und ein paar Wieso kann ich das nicht einsam hä 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 packt das gerade selber bei mir oder was sorry man ey man kann mir sterben ne mein internet kann es aber ich kann nicht machen ja so stehen wir alle alle Zombies hier aber äh ich mein das andere Leon du wirst mich die ganze Zeit an du musst einfach nur die Kombi kommen und wegen darum darum geht sonst nicht wegen dem Internet oh man weil wir mich greifen alle Zombies aber du hast mir auch geschrieben wegen dir sterb ich die ganze Zeit ja weil du mich angerufen hast geh einfach in die Kombi rein bin ich doch ja wieso stand bei mir die ganze Zeit Leon ruft sich gerade an ich bin doch jetzt in der Konferenz ja jetzt aber eben gerade geht's jetzt ja ich hab schon mein Hund hä mein Hund ist gestorben bum bum Spaß nein ich hatte eben schon mein Hund ne ich will jetzt nicht sterben das wird meine Oma nie überleben ich bin ich denn hier gelandet mich kriegt ihr niemals ihr Schweine dann ich hab sie abgehängt ja ich hab sie abgehängt ich hab sie abgehängt ich bin an einer Wüste yeah kann man unser Haus du hast mein Bett, ne? Ja hab ich auch. Gib es mir gleich. Ja, ja, tippe dich zu mir. Ich hab ne Wüste gefunden. Bitte ein Bock. Warte. Mein Haus. Hmm, grobe Wüste. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal durch die Wüste, wenn der Sandron erfüllt. Oh, Creeper, verpässt dich Creeper. So, was sagt man nicht? Wir haben schon harte Zeiten durchgemacht, weißt du das? Ich hab ne Idee, Nico. Nee, die Idee ist ganz schön scheiße. Deine Mutter, Spaß. Und was willst du schon wieder? Alter. Alter. Alter, hab ich mich grad erschrocken, ey. Hallo. 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 Alter, wie schnell ist der grad explodiert? Nein. Bist du gestorben, Nico? Nein. Ich sterbe gleich. Ich hab nur noch ein Herz. Ich hab kein Monster wischen. Ich darf kein Monster wischen. Ich darf kein Monster wischen. Wenn er es nicht so lecken, wenn er manchmal so kleine Bugs geben würde. Wo sind Hunde? Ich hab vier Knochen. Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Töte ihn, Hund! Töte ihn, Hund! Termé nicht zu mir, Nico. Oh, ich bin gestorben. Oh, ich bin auch tot! Ja! Ja, Nico, dann mach Restone und tepid dich zu mir. Entschuldigung! gut das meine Leute hier schlafen das meine Leute hier schlafen n nicht Macht das doch nicht! Woah! Was macht das denn? Oh! Mein Wann tilpäh dich zu mir! Ich bin schon längst da! Oh Junge! Das sah so geil aus, Mann! Das ist episch! Oh je! Wenigstens haben wir jetzt dann! Wie geil war das denn bitte? Oh Mann nicht! Wir greifen gleich den Creeper an! Komm mein Hund! Angreifen! Fass! Sollen wir hier unser Haus machen? Ich komm mal kurz zur Werkbank! Mein Hund! Mein Hund stirbt! Nein, du schuldest mir an! So! Oh! Habt ihr noch kein Steinschwert? Wegen Leon! Ich nicht schon! Wegen Leon haben wir jetzt kein Steinschwert mehr! Los Nico, fang mit zu... Hey Nico! Nexus, komm mal her! Buddel mit mir die Scheiße aus! Ja, gib mir erst mal meine Faden, meine Sticks, mein Bett! Kriegst du erst, wenn du die Scheiße ausgebuddelt hast! Du bist hier die Scheiße! Hast du ein Stick für mich? Nein, leider nicht! Oder was? Doch, ich hab 6 Sticks in meinem Winter! Ich brauch ihn nicht mehr! Die gehören mir! Die gehören die! Die hab ich grad gemacht, um die Schaufeln zu machen! Ey, my word! Nimm doch etwas schnelleres! Gib mir die Holzschaufeln! Oh, danke! Danke! So, haben wir auf jeden Fall mehr Sand! Nico, hast du das gekauft in Minecraft? Ja, hat er! Sonst könnte man sein Skin nicht sehen! Unser Johnny LP! My word, kann ich jetzt mein Bett? Mein Bett? Das kriegst du erst, wenn du mit mir die Scheiße ausgebuddelt hast! Hier! Hab ich in der Scheiße gekonnt! Meude! Oh! Das ist auch nicht mehr das, was es mal war! Hat jemand Knochen für mich? Ich bin ja gestorben, die ganze Zeit! Wenn man die Hände es eben sehen soll mit den Creeper! Alter, das sah so geil aus! Es wird auch bald Zeit, dass wir mal auf dem Texture-Packen! Ich würde mir nicht fehlen! Boah! Ich hab einen Scheißhaus gefunden, Alter! Wo bist du? Wo bist du? Ich komm' nicht mehr raus! Ach! Das ist ein richtiges Plumpsklo! Guck' nach unten! Guck' mal nach oben! Oh! 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 Besorge! Ich bin nicht da sind Skelette! Ja! Ich hab' ich da- stage-sport! Ich viel Spaß! Ich bin jetzt wieder bei Nico! Meurel hoffnest dein Pfaufe! Ja... Aber ich brauch' die noch! Da ist nichts! Nee! Ne nun! gelett das gar nicht gelettet nein gar nix ich habe da aber gerade zwei skilette gesehen wir haben sich mal weggespaarnt oh sorry ich bin ein zombie man ich verbrenne oh jetzt ist sie kaputt gegangen die arme die krepp äh ich schüttel ist die kräftigen wir sind und wenn ich da das war ein ich warte mal könnte nie auf keinen keinen neuen neuen er hat sich nicht mehr um ein skelettlichen neuen bogen kräftchen nach bei mir wo ist er ausgebrochen Ja? Einfach nur göttlich, ne? Alter, bei Harveys Neue Augen, du weißt nie, was Dr. Martin mit der Oberen angetan hat. Ey, das ist ja so heftig, Alter. Und Leon, sollen wir heute Harveys Neue Augen weiter spielen? Ja, und meine Mutter hat gerade etwas genervt, ich weiß nicht warum. Ja, bestimmt Harveys Neue Augen. Dass Harveys Neue Augen hat. Du darfst nicht... Ey, Maywin, bring mir mal auch so einen blauen Stoffhasen mit und zieh ihn auf, ne? Und wenn meine Mutter immer genervt ist, die darf nicht genervt sein. Ey, du hast das richtig, ne? Etna bricht das bis vor Harveys Neue Augen. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Aber es sprechen mehr aus. Sonst wäre doch ein Etna bricht aus Lilly. Und du hast ja auch ein richtig Klappe. Und bevor du mich hypnotisieren willst, lässt er erst mal wieder laufen, Opa. Hat das Lilly gesagt? Ja, ja. Musst du immer noch so lachen drüber? Opa, dann werden wir erst mal losen, Opa. Alter, hab ich viel sanft. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Äh, Lilly. Welcher Opa denn? Ach, Doktor Mariel meinst du? Der... Nein, äh, von Detektiv Conan, dieser Professor sieht aus wie Mario, bloß in der Weltraum haben. Nudel, Nudel, Nudel. Ja, das war so geil. Ey, ähm... Leon, Professor Agassar hat so gesagt, äh, so erklärt, so ne Frage gestellt, mach den Finger so um, halt dir um zu Niko, sagt Nudel, 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 Nudel. Hey, ich hab ne alte Ruine gefunden. Lack, aber keine Scheiße. Ja, diesen Brunnen. Manu. Tententuch, such schon die ganze Zeit. Eine. Ich hab ne Pokémon entdeckt, Myron, ein Tententuch. Ich hab noch ne Pokémon entdeckt, ein Hund. Ja, das ist meins. Hab ich gefangen, Dorgi, Dorgi, Dorgi. Ist es aber wie Pikachu, darfst du mal rein rumlaufen, oder was? Das ist wie Pikachu, es darf im April rumlaufen. Hier, Myron. Oh, Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Es ist Pikachu. 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 Welches Pokémon ist das? Nudel, Nudel, Nudel. 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 Ey, ich hab, glaub ich, glaub ich, nur unter ördische Ruine gefunden. Ja, klar. Das ist ja klasse. Such mal nach Momien. Oh, fuck. Ey, man, das war so knapp, ey. Alter, war das knapp. Und wieso leckt das jetzt auf einmal? Amma. Niko, wo bist du? Johnny. Johnny, komm mal her, ich hab ne Schaufel für dich. So, das Hauskirchen kommt. Hier, Schaufel. Warte, hier ist noch ne Schaufel. Derzeit baue ich mal das Haus. Und ich baue eine Sandbox. Ja, das wäre für uns alle das Beste. Nein, baue ich jetzt ehrlich. Hm, viel Spaß. Danke. Äh, ich hab auch Spaß. Das glaub ich dir. Texus, was baust du da? Die Sandburg. Mann, ich soll mir alles nachmachen, der Sandburg. Ihr seid wie Pikachu. Ich bin wie Pikachu. Pikachu. Ich gebe euch allen Donnerblitz. Nico, Nico, gib mir eine Schaufel bitte. Nico, gib mir mal eine Schaufel bitte. Stone, ähm, Stone-Schaufel. Doch nicht unter Wasser. Wo ich sie denn? Ach, da hab ich sie jetzt. Unter Wasser. Nudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudelnudeln ein paar Warte hat wohl nix Angst Hey ich und El Diablo komm jetzt Wie du El Diablo Pass einfach nur auf Guck mich mal an waar EVAO NIkko Demet Demet H morgens ich weiß nicht wie kann jemand sagen mit meinen Sachen Nein, mein Hund Niko macht gar nix! Meiner! Niko macht gar nix! Auf einmal greift mein Hund Niko an! Wieso ist denn mein Minecraft zu leise? Hey Nudel! Vorsicht, Mann, da ist LDR5! Boah, den meinst du! Ja? Den LDR5! Hey Mann, knomm ihn gern! Der hat nur Hunger, Mann! Der hat Hunger! Neon, hast du meine Sachen eingesammelt? Nein! Schon hat der Hund sie aufgefressen! Ja, genau! Mein Hund macht dich nicht! Außerdem hat er Hunger! Kommt ab! Am besten mag der Johnnies! Und am meisten LPs! Neon, soll ich deinen Hund töten? Dann tötet er dich! In der Hölle! Ja, das ist uns alles schwer! So! Ja, ich weiß, jeder hat Hunger! Verpiss dich, du Hund! Komm an! Ey, Slapu, komm! Ja! Meine Sandburg! Ey, Niko! Du solltest nicht in meine Sandburg gehen! Da drin wartet etwas sehr Schlimmes! Du meinst eine Toilette? Ja, war ein Hund, ne? Ja! Ja, Diablo wartet! Ist er gerade auf dem Klo? Ja, dein Hund namens Diablo hat sich als Kürbis verkleidet! Ja, so wie... unser Freund! Ja? So... Hier fehlt ein Horns... 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 Hey Niko, was hast du gegen Kürbisse? Wieso guckst du mir so ins Gesicht? Ey Mann, was hast du gegen Kürbisse? Ach, du Scheiße! Ich bin ganz schön sauer, was... Jo! Krass! Niko, pass auf! Mein L-Diablo tötet dich jedes Sekunde! Die Jagd ist hiermit eröffnet! Ja, die Jagd ist sehr öffnet! Aber ich will es nicht! Okay, Leon lass es, wenn er nicht will! So, das Dach hält sich jetzt auf die Schrift baut! Ich reich den Eingern nicht mehr! Nee, als wenn du dich das traust! Ach, der hat recht, wenn er tot ist! Ich komme mit Diamanten! Oh, jetzt habe ich aber Angst! Spaß! Danke! Jetzt fühle ich mich aber geehrt! Das war eigentlich sarkastisch gemeint! Hey, ich hab dein Gesicht zu klopfen! Na, na ja, und ich hab dein Gesicht! Na ja! Meie hee! Meie ha! Meie ha ha! Meie ha ha! Meie ho ho! Kann mal jemand Kohle holen? Ich nicht! Ich hab schon noch ein halbes Herz! Hey! Ich hab schon noch ein halbes Herz! Ey, Mann! Meine Sandboppen ist schon richtig gut! Ah ja! Das hab ich ja voll vergessen! Leider kann Sand nicht leben! So! Alter, dann so nervt der Hund wirklich ab! Meinung! Meinung! Es sitzt in der Wohnung! Ach so! Das ist meiner! Ja, warte kurz! Meinung! So! Äh, äh! Hier sind Küsten! Das hier ist meine! Die erste! Meine ist die in der Mitte! Meine ist die in der Mitte! Meine ist die ganz rechts! Meine ist die hier! So! Meine ist die hier! Meine ist die neben der Werferung! Äh, das ist die Mitte, Nico! Äh, Leon hat doch gesagt! Ja, nehm ich die ganz nicht! So, wenn niemand Kohle holen will, dann mach ich mir eben Kohle! Warte! Ich hüte sie dich! Wer was dagegen hat! Warte mal! Ach! 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 Warte mal! Ach! Ach! ein uhr auf den interessiert wenn du mein Gott und so 8 meine Sammlung dieses Mal bist du zu weit gegangen ich mach mir was Prozent Prozent er hat sich abwäschte an der Nähe nicht mit den Arten da ab ja aber nur in der Regel die die Niko ja ein Stärkertzten Nied und ich bin hierbleiben und das Lagerfeuer Das ist das Lagerfeuerlied, das LRG, LRG.LG.de Und das singen wir bis zum Hügel, darum sing doch ganz einfach mit Warte, mach das mal kurz an, ich mach das mal kurz an, deren Lissen Warte, jetzt sag mal leise Nicht mit, ich mach mein Kaffee zu mir aus Nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen, das hier heißt das Lagerfeuerlied Lied Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D-Lied Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit Darum singt es doch ganz einfach mit Bam 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 L-A-G-E-R-I-E-R-I-B und darum steht es doch einfach mit! So, und da sind wir wieder. Ey, 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 L-A-G! Oh je. Ja, jetzt hab ich schon die schönen Stone-Waffen. Wieder da, ich bin wieder da, wer noch? Ich geh mal raus und töte ein bisschen. Wo seid ihr alle eigentlich? Ich bin bei meiner so schön samt. Johnny, ist das deine? Das ist ne Schwinde! Ey, Mann! Johnny! Was ist denn du geboten, Alter? Oh mein! Oh mein! Was soll denn das werden? Ich baue die noch größer, Mayrin! Ich baue die noch größer, Mayrin! Oh, die erste Wand! Fertig! Jetzt kommt die zweite Wand her! Ich töte mal ein bisschen Monster! Ne? Mayrin, hilfst du mir, die Morgen größer zu bauen? Ey, Johnny! Wann wollen wir uns eure Borgen zusammentun? Nein, 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 nein! Schon ausgesetzt? Wir können einen unterirdischen Gang machen! Ja, guck mal meine an und guck mal deine an! Oh, geil! Ich hab da so ne eine kleine Idee! Ich muss nochmal Google anmachen! Internet! Ich sehe ein Blumenack! Ich sehe ein Blumenack! Ich sehe ein Blumenack! Willst du mir morgen die Sandburg größer zu bauen? In Minecraft, oder? In Minecraft, oder? Ja! Ey, warum hast du das nicht? Ich bin kurz AFK in Minecraft! Ich bin kurz AFK in Minecraft! Doch, das heißt AFK! Wereheben!